Hi, ich bin Julia. Ich habe 15 Kilo abgenommen und solche Rezepte haben mir dabei geholfen. Heute zeige ich dir eine High-Protein-Erbenschnecke, die wirklich in jeder Diät geeignet ist. Wir brauchen etwas Dinkelmehl, Total Protein Vanille-Eiscreme, gibt auch ein neutrales Proteinpulver, Backpulver, griechischen fettarmen Joghurt, Ups, Riesesalz Und für die Süße, Junkie Flavor Butterkeks, das ist meine liebste Sorte. Oh, shit. Ist eh nicht mehr so viel drin. Hauen wir alles rein. Das vermengen wir jetzt alles zu einem Teig. Am besten geht das immer mit den Händen. Das rollen wir alles gleichmäßig und gleich dick aus. Schneiden wir jetzt in drei gleich große Streifen. Ich habe hier etwas Lightbutter geschmolzen, damit bestreichen wir das jetzt alles. Man könnte jetzt theoretisch auch Zimtschnecken draus machen. Dann nehmen wir etwas Retreat. Ich benutze den von Foodist. Und ein paar Erdbeeren. Und das rollen wir jetzt irgendwie vorsichtig auf. Schön zusammendrücken. Tue ich mal ein bisschen von der restlichen Butter rein. Das kommt jetzt in den Ofen. Guten Appetit und folgt mir für mehr abnehmtaugliche Rezepte. Tschüssi!